Da scheint es keiner mehr zu geben, dann müssen wir zurück. Das müssen wir erst immer suchen müssen, diese Kacke. Das habe ich schon. Das müsste eigentlich irgendwo hier lang sein. Gott, das ist die eine Randale, ey. Okay, Berserker, ein Waghüter? Ich halte ihn auch noch nicht. Kommt der denn auf einmal her? Wir rumstreifen, der Wagh. So, Waghetöten, ja. Berserker, Adlerauge. Da oben ist noch eine Balliste. Da ist noch, auch noch was. Ist das, ach, ein Tribuché. Waghüter, komme ich da hoch? Wahrscheinlich nicht. Jetzt, ja. Albenzweige. Ja, guck mal. Ay caramba. Na, komm, 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 komm. Oh, komm schon, kann nicht sein. So ein Fuck. Müssen wir hier rumlatschen, ey. So ein Mist. Warum kann ich eigentlich nicht im Laufen schießen? Warum eigentlich nicht? Fände ich viel besser, wenn ich das könnte. Das war jetzt sinnvoll von mir. So. Mein Inventar ist voll. Ha. Geil. Scheiße, geedit. Ach, Mann, ey. Das ist viel zu laut. So, komm, komm, jetzt endlich mal hier hoch. Bitte. Hier hoch, bitte. Ich will noch nur hier hoch. Oh, man kann da nicht lang laufen. Ist das ein Mist. Aber da ist jetzt wieder ein Schlachtenmeister. Jawohl. Da ist er, der Letzte. Hoppala. Very nice, very nice. Okay, jetzt nur noch Waffen. Eine Goldader. Okay, nur noch Waffen. Da ist eine Balliste und ein Trebuchet. Engren? Du bist... Ach, da bist er. Schon bewundert, wo du bist. Such dir aus, welche du zuerst machen willst. Die müssen eh alle killen. Ich mach so lange die Balliste und helf dir. Zack, vier von fünf. Da kommt ein neuer noch. Ach, ist egal. Jetzt wird weg. Ah, da oben sind die restlichen sauber. Na komm, wir laufen rein. Was soll denn da jetzt? Oh, wir haben die noch nicht mal geedit. Äh, kacke. Ich hab meine Attacke weggeworfen. Nein. Komm schon. Ja, jetzt ist sie wieder da. Ich benutze sie natürlich erstmal, obwohl ich sie nicht benutzen wollte. Aber ist egal. Kommt die denn alle her? Ui, 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 ui. Das sind ganz schön große, ganz schön viele große, große Trolle. Und zack, vier von vier. Eine Balliste noch. Da ist sie. Und ein Katapult noch. Mann, da haben wir ja richtig was geschafft, diese Folge. Ey, unglaublich. Nicht diese Folge, diese Aufnahme. Quests wie blöde gemacht. Dann noch Elite-Quest. Mithilfe. Aber ist egal. Da sind die letzten beiden. Erfolg. Nicht den. Das ist ein Trebuchet. Trebuchet. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist doch egal. Nicht da hin. Nicht da hin. Nicht da hin. Nicht da hin. Dann halt doch da hin. Wenn unbedingt willst. Gerechtigkeit 3. Komm, cool. Ich muss doch hier hin. Junge. Gut, kannst du ja nicht wissen. Das ist ja meine Quest nicht. Also woher auch. Also woher auch. Und zack. Und bam. Und Waffen rasseln. Und da ist nochmal 5. Und da ist nochmal 5. Ich will ja auch ein bisschen was dazu beigetragen haben hier. Yay. Fertig. Kannst du schon wieder porten. Ich grüße euch. Ich grüße euch. Nicht genug Platz. Achso. Natürlich nicht. Ach, kacke. Planungskunst. Auch später werden. Erstmal verkaufen. Erstmal muss ich etwas verkaufen. So. Erstmal reparieren. Und dann verkaufen. Die können... Achso. Verkaufen. Nicht zurückkaufen. Kann weg. Kann weg. Das nicht. Kann weg. Kann weg. Die bloß nicht. Kann weg. Martoms ohne Ende. Steinrelief. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Achso. Die ganzen Rezepte. Die kann ich eh nicht benutzen. Die können alle auch. Eine Tonne. Relikte. Langschwerter. 170 Silber. Alter Falter. Schon ganz schön viel, ey. Das ist schon ganz schön viel. Adamanten. Bienenwachskerzen. Die können weg. Das kann weg. Die nicht. Das auch. Komm. Packen wir mal weg. Brauchen wir ihn noch nicht. Schuppen. Wetzsteine. Lederjacke. Markenlose Fälle. Behalten wir mal. So. Was haben wir hier noch drin? Zack. Auch noch ein bisschen Zeug. So. Bei Gelegenheit mal alles ordentlich verkaufen. Nämlich man weiß, was los ist. So. Belangungskunst. Ich hätte gerne den... Seid gegrüßt. Es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Ach komm, nehmen wir das Ding. Uh. 2000 XP. Seid gegrüßt. Und... Es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Bams. Oh, der hat noch eine Quest. Würdet ihr mir bitte für eine Minute eure Zeit schenken? Ne, die mal jetzt aber nicht. So. Und eine Quest haben wir noch. Belagerungsmeister. Was kriegen wir denn dafür? Uiuiui. Boah, das werden wir mal nicht tun. Arro hier. Was benötigt ihr? Was kriegen wir dafür? Schwere Rüstung. Boah, die sind gut. Ne, sind gar nicht gut. Einhandaxt. Die Armbrust. Plus auf Orkssippe. Das ist meine noch besser. Und... Ne. Bleibt ein Momentum. Okay. Zwei. Super. Mega. Delete. Über. Ja, handeln mache ich auch gerne. Oha. Hast du schon, Martom, alles? Oha. Warum brauchst du keinen, keinen Ruf? Über. Quests. Hab ich noch. Aber. Die machen. Ähm. Weh nicht mehr. Jetzt machen wir ein Päuschen hier. Päuschen. So. Ich danke dir für deine Hilfe und sage bis bald. Ach, hier brauche ich ja gar nicht mehr hin zu dem Typ. Ich brauche halt nur noch auf Gandalf klicken. Hier, ich habe doch da was Neues bekommen. Hätte ich nicht von irgendwas? Nummer 4? Realität. Bye, bye. Bye, 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 bye. Mir kaufen tue ich bestimmt nicht. So. Ruf löse ich noch eben ein. Das können wir eben machen. Was haben wir denn da alles bekommen? Hier haben wir die. Hüter von Aluminas. Da oben haben wir sie. Zum Glück geht das irgendwie schneller als früher mal. Zack. Dann haben wir hier noch, mein Gott, wie viel haben wir davon? Das sind die Minenbauer der Eisernen irgendwas. Plus 30 jeweils. Noch mehr Hüter von Aluminas. Alter Finn. Da sind wir auch schon fast nächste Stufe, obwohl wir noch nie da waren, so ungefähr. Martom-Gesellschaft. Da haben wir gleich Bekannter, glaube ich. Ist das Bekannter? Freund? Ne, Verbündeter, ne? Verbündeter kommt danach. Von Estellin kriegen wir, glaube ich, auch noch voll. So finde ich das gut. Macht das Spaß. Perfekt. Jetzt sind wir Verbündeter. Hier ist noch mehr Martom. Da machen wir jetzt auch noch voll. Wir ballern hier den Ruf rein und bam. Nice. Verbündeter sind wir auf alle Fälle schon mal. Das ist schon so hoch wie bei den Eckeleien. Krass. Aber hier ist es noch mehr. Mein Gott. Ist aber schon die Hälfte wieder voll. Wie krass ist das denn? 1, 0. Das ist auch die Waldläufer, aber das wird man leider kaum sehen, weil das gerade sind viel zu viele. Ich mache mal hier ein bisschen den Kampf klicken, ne? Ihr seht ja, es fliegt nur so hin und her mit den Zahlen. So. Und dann haben wir noch Martom-Gesellschaft. Diese Mini-Dinge. Die können wir auch noch einsetzen. Und dann haben wir alles Anruf verbraten. Ne, da vorne ist noch was. Hier sind noch die Hüter von Aluminas. Die kriegen aber leider nicht mehr auf Bekannter. Schade. So. So. Jetzt weg. Bye, bye. Und thanks. Turbine-Punkte. 15 Punkte. Titel gewährt. Martom-Lieferantin. Ach, nehmen wir mal. Tatab geschlossen. Schön. Und dann kriegen wir Lieferantin merkwürdiger Dinge. Ja, very nice. So, dann sage ich bis morgen. Tschüss. 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 Vielen Dank.